Hallo und herzlich willkommen zu unserer EnBW einfach erklärt Videoserie. Mein Name ist Verena und ich arbeite im Kundenmanagement der EnBW. Für die Stromerzeugung mit erneuerbaren Energien ist es wichtig, den Stromverbrauch im Gleichgewicht zu halten. Denn Wind und Sonne liefern je nach Wetterbedingung unterschiedliche Leistungen. Das muss geregelt und geplant werden, um eine stabile Versorgung zu gewährleisten. Ein intelligentes Messsystem ist ein digitaler Zähler, der die Netzbetreiber in die Lage versetzt, den Regel- und Planungsbedarf genau zu erfassen. So lässt sich das Stromnetz genau dort ausbauen, wo der Bedarf am höchsten ist. Das intelligente Messsystem registriert kontinuierlich den Verbrauch und kommuniziert diesen an den Stromlieferanten sowie den Netzbetreiber. Welche Daten in welcher Häufigkeit im Einzelfall konkret erhoben und übermittelt werden, richtet sich nach den gesetzlichen Datenschutzbestimmungen. Darüber hinaus haben auch Sie als Kunde jetzt die Möglichkeit, Ihren Energieverbrauch im Blick zu behalten und Einsparpotenziale zu identifizieren. Die Energiewende wird bis zum Jahr 2032 digitalisiert. Der Gesetzgeber schreibt deshalb vor, welche Verbraucher und welche Erzeugungsanlagen mit einem intelligenten Messsystem ausgestattet werden müssen. Diese Umrüstung ist verpflichtend. Wichtig, Sie müssen nicht selbst aktiv werden, sondern werden rechtzeitig von Ihrem zuständigen Messstellenbetreiber über einen möglichen Zählertausch informiert. In diesen Fällen benötigen Sie ein intelligentes Messsystem. Der Stromverbrauch der Immobilie, in der Sie wohnen, liegt über 6000 Kilowattstunden. Sie erzeugen Ihren eigenen Strom an einer PV-Anlage mit einer Leistung von mindestens 7 kW. Sie heizen mit einer Nachtspeicherheizung oder Wärmepumpe. Sie fahren ein Elektroauto, das Sie zu Hause an Ihrer eigenen Ladestation aufladen und verbrauchen deshalb über 6000 Kilowattstunden. Mit einem intelligenten Messsystem haben Sie folgende Vorteile. Sie behalten Ihren aktuellen Stromverbrauch und Ihre Kosten im Blick. Sie optimieren den Verbrauch anhand von aktuellen Messwerten. Und die Zählerstände werden automatisch übermittelt. Die gute Nachricht vorab, der Zählertausch ist für Sie kostenfrei. Als Verbraucher oder Anlagenbetreiber tragen Sie jedoch die Kosten für die Miete des Zählers. Das ist nicht neu. Auch für Ihren alten Stromzähler haben Sie eine monatliche Grundgebühr bezahlt. Für intelligente Messsysteme hat der Gesetzgeber Preisobergrenzen festgelegt, an die Ihr grundzuständiger Messstellenbetreiber gebunden ist. In der Regel ist das eher örtlicher Netzbetreiber. Die Preise reichen je nach Jahresverbrauch oder Einspeiseleistung von 100 bis 200 Euro pro Jahr. Wenn Sie noch Fragen haben, wir verlinken hier weitere EnBW einfach erklärt Videos.